Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr auch das erste Mal den Auszubildenden einen Preis überreichen können im Rahmen des Hamburg Aviation Forums. Und uns als Lufthansa Technik macht es natürlich ganz besonders stolz, dass unsere Auszubildende Viktoria Siebert dieses Jahr den Preis bekommt. Ich arbeite hier bei der Lufthansa Technik im Kalibriere Labor. Ich habe die E-Mail, glaube ich, hundertmal gelesen gefühlt. Ja, ich war schon stolz. Also ich war auch sehr gerührt über die Anerkennung. Die Luftfahrtbranche ist für mich sehr interessant, weil es hier einfach so eine Vielfalt gibt, die man hier jeden Tag erleben kann und auch darf. Und es gibt jeden Tag eigentlich was Neues zu entdecken. Es wird nicht langweilig. Ich habe hier meine Ausbildung absolviert diesen Jahres als Elektronikerin für Geräte und Systeme und habe durch Schwangerschaft und Elternzeit meine Ausbildung ein Jahr pausiert. Und 2021 bin ich da wieder in die Ausbildung eingestiegen. Ich habe es geschafft mit tatkräftiger Unterstützung und sogar ein Jahresjahr verkürzt. Man hat hier wirklich eigentlich jeden Tag was Neues, was anderes zu tun. Wir finden, der Preis ist nicht nur eine Anerkennung für Victorias herausragende Leistung, sondern ist auch eine Inspiration für andere, die vor großen Herausforderungen stehen. Wir sind sehr stolz auf Viktoria und freuen uns, dass sie weiterhin Teil der Lufthansa-Technik-Familie ist und schauen mit ihr in eine spannende Zukunft.